Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute, meine Freunde, bekommt ihr von mir den zweiten Part unserer großen, unserem großen Oktoberfest in Mittelberg. Nicht wundern, es ist nicht die originale Mittelberg, weil einige von euch immer da ein bisschen drüber überlegen. Es ist einfach nur eine fiktive Stadt, die ich Mittelberg genannt habe. Und die originale Mittelberg von Sosimodding, die wird natürlich in ein paar Monaten, denke ich mal, dann herauskommen. Ja, wenn euch das Video gefällt, meine Freunde, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Supportet uns, supportet kein Mord, meine Freunde. Und falls ihr mich extrem supporten wollt, dann könnt ihr auch gerne Mitglied werden. Das geht für monatlich 99 Cent. Ich denke mal, 1 Euro ist ein sehr angemessener Preis, den hat jeder von euch. Unterstützt mich und unterstützt natürlich den Kanal extrem, meine Freunde. Und jetzt will ich gar nicht so viel schnacken. Ich wünsche euch jetzt auch viel, viel Spaß bei dem Video. Schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch ein paar Social Media Kanäle von mir. Gerne mal abchecken, ein bisschen Liebe da lassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video.